Carlo Collodi's weltberühmter Roman und die Filme, die nach ihm entstanden sind, haben die Menschen immer wieder in ihren Bann gezogen. Mit der grandiosen Neuverfilmung von Turtles-Regisseur Steve Barron ist es zum ersten Mal gelungen, die hölzerne Marionette lebendig zu machen. Wir nennen dich Pinocchio. Die Legende von Pinocchio. Jim Hensons Hollywood Creature Shop hat dieses einmalige technische Wunder erschaffen. Sieh nur! Das ist doch nicht wahr. Du kannst unmöglich echt sein. Siehst du auch, was ich sehe? Wo sind die Fäden? Ist er ein Junge? Er ist eine Puppe und er ist ein Vermögen wert. Und dafür möchte ich ihre neueste Schöpfung erwerben. Er ist nicht zu verkaufen. Es tut mir leid, dass ich kein richtiger Junge bin. Du musst langsam aufwachen, Holzkopf. Du bist eine Puppe! Warte, Pinocchio! Bleib hier! Wend mir die Puppe! Hey, Holzkopf! Los, komm mit uns mit zum besten Ort der Welt! Dort gibt es keine Schule, keine Regeln. Wir können tun, was wir wollen und erst nur für Jungen. Ich werde bald ein richtiger Junge sein! lernt einen Pinocchio kennen, wie er ihn noch nie zuvor gesehen hat. Du solltest mich doch nicht anlügen, hm? Durch die sensationellen Tricks des deutschen Cinemagic Studios bewegt sich der neue Pinocchio wie ein echter Mensch. Er entführt uns in eine Welt voller Wunder und fantastischer Abenteuer. Geh, Holzkopf! Oscar-Gewinner Martin Lendau Pinocchio! Jonathan Taylor Thomas Ich bin ein echter Junge! Und Udo Kier als der böse Lorenzini Was hältst du davon, mir eine Freundin zu schnitzen? Die Legende von Pinocchio Magic 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 Amen.